Geburtsjahrgang 1961. Wann kann ich in die Altersrente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Leute fragen mich immer wieder an, wann kann ich in Rente gehen? Und unter anderem habe ich eine E-Mail bekommen mit der ganz pauschalen Frage, wann kann ich denn in Rente gehen, wenn ich zum Beispiel am 1.8.1961 geboren bin? Und können Sie uns das bitte mal zeigen, vielleicht mal so ein bisschen tabellarisch, wie auch immer, welche Möglichkeiten es da in Deutschland gibt? Ich habe da einfach mal gerechnet, das war gar keine Schwierigkeit und bin dann zum folgenden Ergebnis gekommen. Aber eine Altersrentenart habe ich nicht mit erfasst und zwar ist das die Altersrente für Versicherte, die langjährig unter Tage tätig waren. Das ist eine klappschaftliche Altersrente, und die habe ich mal hier außen vor gelassen, sondern ich habe nur die klassischen vier Altersrentenarten, die wir aktuell in Deutschland en masse bedienen, hier mal berücksichtigt. Steigen wir einfach mal ein. Also unser Kunde ist am 1.8.1961 geboren oder unser Beispielskunde und er kann dann die Regelaltersrente bei Erreichen der Regelaltersgrenze in Anspruch nehmen zum 1.2.2028. Die Altersrente, diese Altersrente, die Regelaltersrente hat grundsätzlich keinen Abschlag. Also man kann die Regelaltersrente grundsätzlich immer nur ohne Abschlag erhalten und ich brauche fünf Jahre Wartezeiten als Beitragszeiten, 60 Kalendermonate Beitragszeiten. Die müssen nicht hintereinander liegen, aber sozusagen die müssen zählbar mindestens 60 Kalendermonate im Versicherungsverlauf ergeben. Dann bekomme ich eine Regelaltersrente. Ja, 1.2.2028. Dann der Klassiker an See sozusagen, die Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit. 35 Jahre Wartezeit heißt also, dass alle rentenrechtlichen Zeiten, die es in Deutschland nach dem SGB VI gibt, hier in die 35 Jahre Wartezeit mit reinfallen. Dazu habe ich auch schon einige Videos gedreht. Schauen Sie einfach bitte mal auf rentenbescheid24.de nach. Da finden Sie mit Sicherheit ein paar wichtige Antworten auf die Frage, was alles in die 35 Jahre Wartezeit mit reinfällt. Also unser Versicherter, der am 1.8.61 geboren ist, kann dann erstmals zum 1.8.24 mit Vollendung des 63. Lebensjahres in diese Altersrente gehen mit der fast Höchststrafe 12,6% Abschlag. Der reguläre Rentenbeginn, also ohne Abschlag, wäre für diese Altersrente der 1.2.2028 kein Abschlag. Sie sehen auch hier diesen Vergleich, Regelaltersrente und Altersrente für langjährig Versicherte. Bei regulärem Beginn fallen die Daten hier sozusagen zusammen. Dann haben wir noch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Da brauche ich auch, wie die Altersrente für langjährig Versicherte, 35 Jahre Wartezeit. Und bei Rentenbeginn einen Grad der Behinderung von 50, den muss ich nachweisen, entweder mit einem Schwerbehindertenausweis oder einen entsprechenden Feststellungsbescheid vom Versorgungsamt. Und da geht es dann schon ab dem 1.2.2023 los, hier mit maximal 10,8% Abschlag und regulär ohne Abschlag zum 1.2.2026. Der Abschlagszeitraum ist immer hier, wenn ich vorzeitig in die Rente gehe, 1.2.2023 bis zum 1.2.2026. Das sind 36 Kalendermonate, die ich hier, wenn ich am 1.2.2023 in Rente gehe, vorzeitig dann in Rente gehe. Dafür kassiere ich dann pro Kalendermonat 0,3% Abschlag. Und last but not least meine Lieblingsrente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit. Da gibt es, wenn ich am 1.8.1961 geboren bin, den Rentenbeginn erstmals zum 1.2.2026. Grundsätzlich auch bei dieser Rente gibt es keinen Abschlag. Ich kann diese Rente sozusagen nur erstmals zu diesem Zeitraum regulär in Anspruch nehmen, wenn ich dann aber auch, ich muss dann aber auch zu diesem Zeitraum, wenn ich hier den Beginn haben möchte, die 45 Jahre Wartezeit nachweisen. Wir nennen die Wartezeiten auch umgangssprachlich Mindestversicherungszeit. Meine Damen und Herren, das war sozusagen die kleine Aufstellung von mir. Wann geht es los mit der Rente, wenn ich zum 1.8.1961 geboren bin? Also Sie haben jetzt einen Überblick und am besten ist es, wenn Sie dann ganz spezielle Fragen haben zu diesem Thema, schauen Sie einfach bitte mal in Ihre Rentenauskunft rein oder aber, wenn Sie da nicht weiter wissen, melden Sie sich einfach bei rentenbescheid24.de. Nutzen Sie unsere E-Mail-Adresse kontakt at rentenbescheid24.de und fragen einfach mal bei uns nach. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.